Für Königin Mary waren diese letzten Monate nicht einfach. Es schien, als ob die Medien Aufmerksamkeit um sie herum nachließ, aber eine Entscheidung brachte sie wieder ins Rampenlicht, Königin Margarete von Dänemark gab bekannt, dass sie zugunsten ihres Sohnes Frederich vom Thron zurücktreten würde. Diese Entscheidung veränderte die Rolle, die die Ehe bisher spielte, und implizierte ein größeres Engagement und Offenheit. Trotz allem stand Mary ihren Mann. Wenn sie zuvor angedeutet hatte, dass sie ihr Gesicht zeigen und ihren vollen Terminkalender fortsetzen würde, übertraf sie als Königin alle Erwartungen und strahlte in jedem Solo-Auftritt. Diese Integrität und Eleganz trotz der Umstände bedeuten jedoch nicht, dass die Australierin nicht von den Kontroversen um die Fotos ihres Mannes mit dem mexikanischen Model berührt wurde. Dennoch entschied sich Mary, sich auf wichtige Fragen zu konzentrieren, wie ihre Rolle als öffentliche Figur oder als Mutter. Denn wenn die dänische Königin etwas gezeigt hat, dann ihre vollständige Hingabe an ihre vier Kinder. Deshalb wollte sie zum 17. Geburtstag ihrer Tochter Isabella, zusammenfallend mit dem 17. Geburtstag ihrer Tochter Isabella, ein schönes Zeichen setzen. In europäischen Monarchien werden aus verschiedenen Gründen und Anlässen häufig Bilder oder Porträts von Mitgliedern königlicher Familien in ihren Social-Media-Konten veröffentlicht. Am Sonntag, dem 21. April, teilte das dänische Königshaus ein schönes Foto von Prinzessin Isabella, der zweiten Tochter von Frederik und Mary, um sie zum 17. Geburtstag zu gratulieren. Auf den beiden gemeinsamen Bildern posiert die Schwester von Christian von Dänemark mit einem Border-Coli vor der Kamera. Im Hintergrund dient ein fröhliches und lebendiges Bild mit abstrakten Farben als Kulisse. Das zweite Bild ist fast dasselbe, aber die Prinzessin schaut irgendwo hinter die Kamera, und der Ton wird schwarz-weiß. In europäischen Monarchien werden aus verschiedenen Gründen und Anlässen häufig Bilder oder Porträts von Mitgliedern königlicher Familien in ihren Social-Media-Konten veröffentlicht. Am Sonntag, dem 21. April, teilte das dänische Königshaus ein schönes Foto von Prinzessin Isabella, der zweiten Tochter von Frederik und Mary, um sie zum 17. Geburtstag zu gratulieren. Prinzessin Isabella steht an zweiter Stelle in der Thronfolge von Dänemark nach ihrem Bruder Christian, der nur ein Jahr älter ist. Isabella hat das Privileg vor Christian, nicht regieren zu müssen, was es ihr ermöglicht, ein geschützteres Leben zu führen. Die Entwicklung ihres Stils ist erkennbar, und während sie vom Mädchen zum Teenager wird, haben wir gesehen, wie sich ihr Aussehen verändert hat, wenn sie an offiziellen familiären Veranstaltungen teilnimmt. Ihr Interesse an Mode wurde möglicherweise sowohl von ihrer Mutter als auch von ihrer Großmutter Margarete geerbt. Die Farbe Rot, die sie mehrmals gewählt hat, hat sie bei wichtigen Veranstaltungen wie dem Jubiläum von Königin Margarete geblendet, und dieses Outfit schaffte es sogar, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter abzulenken. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, wie Mutter und Tochter gelegentlich Kleidung austauschen. In diesem Jahr konnten wir bei der Krönungszeremonie von Frederic X sehen, wie sie einen blauen Prader-Mantel trug, den ihre Mutter vor zwölf Jahren debütierte. Ein Beweis für ihre Eleganz ist die perfekte Wahl von schwarzen Hosen und Schuhen mit einer weißen Tasche, um das Outfit abzurunden. Wie jedes 17-jährige Mädchen ist Isabella in ihrem Studium am Orregard-Gymnasium vertieft, das sich in Hellerup südlich von Kopenhagen befindet, dem Zentrum, wo sie in den nächsten beiden Jahren ihren ersten Abschluss machen wird. Auf diese Weise wird die Prinzessin eng mit ihren Brüdern und Schwestern verbunden sein, den Zwillingen Vincent und Josefine, die am Trane-Gard-Gymnasium studieren, das sich ganz in der Nähe von Orregard befindet und wo Isabella selbst als Kind studiert hat. Abgesehen davon, dass sie eine Prinzessin ist, ist sie auch Gräfin von Monpitzat, ein Titel, der geschaffen wurde, um die Nachkommen von Margarete II und Henrik zu kennzeichnen. Das Mädchen verbringt die meiste Zeit mit ihrer Familie und ist oft mit ihren Eltern bei offiziellen Veranstaltungen und familiären Feierlichkeiten zu sehen. Wie ihre Eltern, Geschwister, ist sie auch ein großer Sportfan und kann oft bei Wohltätigkeitssportveranstaltungen mit ihren Geschwistern gesehen werden. Sie verpasst auch nichts in den sozialen Medien, denen sie als Verbraucherin folgt, obwohl sie sich nicht öffentlich daran beteiligt. Sie verpasst auch nichts in den sozialen Medien,